So Leute, hallo zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir machen weiter mit den Missionen in San Gimignano. Und zwar habe ich euch ja versprochen, wir machen ein paar Nebenmissionen. Ein paar Leute haben sich das tatsächlich gewünscht. Und warum eigentlich nicht? Ich habe jetzt gerade eben eine Schlägerei-Mission angefangen. Und ja, danach habe ich festgestellt, dass ich noch nicht mal angefangen habe aufzunehmen. Das war extrem Fail. Aber egal. Läuft. Okay. Schlägerei-Missionen, wir benutzen natürlich keine Waffen. So. Ja. Berüchtigte Assassine? Ich habe meinen Fail etwas weiter runtergedrückt. Und laberst du immer noch so ein Scheiß über mich. Ah ja. Da hinten ist er. Okay. So. Ja, mal hier rüber, komm. Komm her. Hacker. Ach, by the way, Leute. Ich habe eigentlich meine... ...meine... ...mein Konterproblem gelöst gehabt. Das habe ich ja schon geschrieben. Und ja, ich kann wieder kontern. Es war nur ein Problem mit meiner Maus. Und du nervst mich so langsam, mein Freund. Uah, komm her. Hier und hier und... ...hier, Alter. Ihr gewinnt. Sagt ihr, dass ich von nun an treu sein werde. Lass los. Tschüss. Ja, jetzt liegst du da unten. Okay, das war eine schöne Schlägerei-Mission. Wir haben uns tatsächlich mit einer Wache rumgeprügelt. Ich fand es einfach nur lustig. Egal. Wir machen jetzt, ähm... ...ja, die Mission... ...die Attentats-Mission hier. Oh, schon 11.000 wieder. In der Villa. Die könnten wir uns mal bald holen. Wäre mal ganz gut. Ja, aber wie gesagt, jetzt zuerst das Attentat. Ich schätze mal, ich werde in diesem Part hier... ...oder in den ersten 15 Minuten, weil ich ja wieder alle drei Parts gleichzeitig aufnehme, also durchgehend... ...werte ich wahrscheinlich nur Attentats-Missionen machen. ...und danach überschlagen zu vernünftigen Missionen, also zu der Story. Denn wir wollen ja auch noch was schaffen heute, ne? Okay. Wir haben drei Ziele, wie es aussieht. Ich habe jetzt nicht gelesen, was ich machen soll. Ich wollte es einfach nur drauf ankommen lassen. Ja, wie immer. Ihr wisst das schon, ne? Sag ich's nicht, ich muss die einfach umlegen. Es ist... So, das war schon mal Ziel Nummer 1. Und wir machen weiter mit Ziel Nummer 2. Dafür müssen wir jetzt erstmal abhauen. Ähm, ähm. Fail. Bäm. Und der erste richtige Konter. Und der zweite gleich hinterher. Kommt zum Sturz. So, okay. Das war schon mal ganz gut. Wir nehmen eben den Steckbrief, reißen das Teil ab. Und, ja. Machen uns auf die Socken zu unserem zweiten Ziel. Oh, dieses Gekletter in der Stadt, das geht mir eigentlich ziemlich auf den Piss. Ich mag Klettern ja eigentlich, aber... Nicht in dieser Stadt. Hier ist es einfach nur... Total langweilig. Was war das denn für eine Aktion? Leute, das war jetzt ziemlich ungeplant. Ja, jetzt hast du kein Schwert mehr. Wunderschön. Oh. Ach, wir haben sogar vier Ziele. Wow. Finde ich ganz schön krass übertrieben. Vier Ziele für eine Mission. Und ja, wieder ordentlich Fame dazu gekriegt, weil ich es in der Öffentlichkeit gemacht habe, diese Morde. Oh, ne. Sag jetzt nicht, ich muss da hochklettern, ne. Doch, das sieht so aus, als ob ich da hoch muss. Ne. Da unten ist noch eine Truhe. Die holen wir uns gleich. Oh ja, das ist TeamSpeak. Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht gehört, aber ich bin gerade im TeamSpeak on. Und da klingelt es schon mal. Boah, ne. Kann doch nicht sein, dass er jetzt da oben ist. Das ist doch... Hallo? Wollt ihr mich in der Fall mal wöbeln? Aha. Hey, das kann nicht sein. Ach, doch tatsächlich. Aha. Kommst du hier rüber? Ne. Der schiebt nur da Wache. Auf der Seite. Wuh. Oh, Jesus. So, und wir springen hier einmal runter. Schnappen wir uns die 233 Florine und machen weiter. Okay, ähm. Ja. Ha. Fail. Nein, wir rennen jetzt mal hier durch die Straßen. Oh, ich habe wieder schon ordentlich Fame dazu bekommen. Das ist nicht sehr gut. Oh, und da ist schon unser nächstes Ziel. Auch wieder auf einem Turm. War ja zu erwarten, ne. Ein Assassine, ein Assassine. Mein Gott, Leute. Ist doch nichts Besonderes mehr. Ein Assassine, und? Doch, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen kann. Ja, wir zocken Assassin's Creed 2. Toll. Ey, ihr wisst gar nicht, wie ich mich eigentlich schon auf dieses Spiel gefreut habe. Weil, ähm, vor ein paar Monaten, ne, da hatte ich ja noch keinen PC mehr. Also, mein alter PC war kaputt. Und ich wollte unbedingt Assassin's Creed 2 spielen, wollte es unbedingt zocken, endlich mal gucken, wie es ist. Und ja, jetzt bin ich jetzt am zocken und eigentlich ganz zufrieden, ne. Ach, komm schon. Scheiß drauf, ich wollte ihn eigentlich runterziehen. Tschüss. So. Ähm, können wir hier irgendwo runterspringen? Ach ja, da. Wuiiii. Schwing. Cool. Ah, hallo, meine Damen. Ach, was aber da schön ist. Das ist jetzt mal ne Kodik-Seite. Bääääh. Zwei sofort gefetzt am Anfang. Ha. Okay, dein Kollege ist ein bisschen... Äh, komm schon. Komm, gib ihm deine Waffe. Fatsch. Bäääähm. Tim. Ah, eine weitere Kodik-Seite. Wunderschön. Stannert. Ach gut, ich dachte schon, wir müssen aus der Stadt raus. Hä? Du wachst ein bisschen, oder? Wow, ein Bug in Assassin's Creed. Komm. Wie das aussah. Wie geil. Einfach nur cool. Wer könnte sich vor solch einem Mann verstecken? Wie das aussah, ne? Festgebackt. Auf dem Dach und dann sowas. Ach, halt's mal. Komm. Wir haben jetzt schon 10 Minuten 40 Sekunden aufgenommen. Ja, haben wir denn noch Zeit für eine weitere Mission? Ach komm, was soll der Geiz? Machen wir noch die Attentats-Mission, ja? Muss doch nicht sein, ne? Na, 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 na. Aha. Aha, viel Spaß. Schnell, er entkommt! Nein, gut, dass ich Medizin dabei habe. Ja, und jetzt, komm, komm. Komm, 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 komm. Oh, und tschüss. Boah, hab ich schon wieder übelst viel Fame. Das ist schon krass, was ich da wieder an den Start bringe, ne? Oh, diese Kamera. Die bringt mich noch ins Grab. So. So. Okay. Ach da. Huh. So, und die nächste Attentats-Mission. Aha. Angebot, nachgefragt. Guildenmitglied finden. Okay, ist ein Guildenmitglied töten, oder wie? Klar, klingt ja spannend. So. Okay. Wir suchen. Wir suchen. Hm. Tja, bisher haben wir ihn noch nicht gesehen. Wirklich seltsam. Bisher haben wir ihn wirklich noch nicht gesehen. Da. Pfatsch. So. Hä? Ist er das? Ja. Wir können keinen Attentat machen, ne? Ach, ich muss ihn, glaube ich, verfolgen. Na, ich sollte mir vielleicht mal die Aufträge besser durchlesen. Das wäre vielleicht mal sinnvoll, ne? Ne, also Attentat können wir auf jeden Fall schon mal nicht machen. Ja, wir müssen ihm folgen. Gut. Schaffen wir. Ich sehe das nicht mehr. Er muss gestoppt werden! Ein bisschen Geld sammeln, ne? Haha, fail! Okay Und in 10 Sekunden fängt eigentlich der zweite Part an Naja Lass mich in Ruhe Verdammt, ich brauch ein bisschen Tja, so kann man die alle loswerden Ah, naja Das war's Ja 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 Vielen Dank.